und da sind wir wieder in los santos und müssen mit leicester mitfahren jetzt oder was du fährst du bist eindeutig der schlechtere fahrer kompeto wir fahren nicht petro wir nennen ihn petro überfallen wir eine bank oder was ach das ist am arsch der welt oder du meine schweigsamt freunde ach ne das ist gleich im eke ach ne das ist gleich im eke eieieiei kalamba was ist deinem date die mittelfinger raus sagen ja warte ui fuck the police fuck the police mal zu ihm hinten die fresse läster halt die fresse läster woanders hier für dich nico sie ja wohin stecken ha 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 wow was ist mir jetzt los was leckt grad voll oh sind wir schon da ok 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 merken 167 ok 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 boah was jetzt müssen wir ihn zu seiner fabrik bringen was hat der denn alles wir haben wir haben eine kleine abkürzung nein oh nico das geht doch in die hose was boah jungen alter wie langsam ist die karre die kommt nicht hoch ha 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 gute kam führe das signal zum ausgangsschluss drücke hm oder um ein signal zu starten benutze links oder rechts hm was musst du denn machen was musst du denn machen hat der grad schild gesagt ach ich muss da durch ach ja ja wie hat er da hinten vorliegen sitzt ist alle voll eingequetscht ach alles klar muss man so ein mini spiel machen ach so du musst das machen ja ja ich nicht um in die bank rein zu kommen ich es ist am wenigsten hin ja das ist so wie snake hm so sind die auch in echt gesichert Tetris nein fand die mich lustig ihr macht einen nicht leicht oh noch einen ich sehe jetzt nicht was du machst ne ja 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 wir haben 5 bullen hinter uns hehehe sonst würde man hören ne ich hör nichts ja ich bin von noch gar nichts uuuuuh wir bleiben mal noch ok jetzt sehe ich wieder alles juhu doch du bist doch richtig du bist doch richtig doch 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 jetzt auf einmal macht er umgerechnet btf egal ich glaube das wäre scheiß egal gewesen ne hier ist kürzer um 1 war es kürzer ja naja 1,00 du fährst ja eh nie den weg der da steht ich hab die gar nicht mal berührt klar hast du die berührt bei mir hab ich die ich hab da wenigstens den fuß angefahren also mehr und nicht bei mir ist die voll weg geflogen die alter bei den speckfüßen gehst du voll ok junge ja junge die fabrik ey fuck the police boah ist das ne scheiß kache alter ey dafür würde ich läster gerne einen reinhauen ey der weiß doch wie man über befälle macht wieso klaut er sich über ach ich hab die jetzt nicht bum 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 wer ist das denn ach wir sollen den truck nehmen ich kann nicht aussteigen doch jetzt ich will fahren wer ist die andere boah läster ist nicht dein ernst ne ey er rennt nur 5 mal ums auto ey jetzt wieder zu uns alter ey wir sind doch alle besoffen du willst du raus und check du gehst du gehst in der inventory oder du bist glücklich da wirst du Es sollte alles da sein, die Kleine, die Hände, die Hände, die Hände, die Maske, die Drille, die Files, die Fotos und die Verwaltungsarbeit. Hey, es ist genug hier, um uns alle zu sehen, dass es wirklich sehr süspisch ist. Opie Tegel-Freeze, um eine Robbery-Charge zu bekämpfen, um eine Robbery-Charge zu bekämpfen. Geil! Komm schon, laden wir schnell ab. Für die GTA, denn hier hängt alles. Und das sehen, wie sehr gut wird. Ich weiß nicht, warum. Ja, also ich weiß nicht, wenn du nicht mehr schlagst oder nicht mehr. Ich weiß nicht, dass du bist, denn ich meine installingst du. Bei mir fangen wir hier zuerst, aber ich kann nicht mehr schlagst oder nicht mehr schlagst. Ich fühle dich denn. Ich bin bloß gerade auf Experten. Soll ich dich in die Garage bringen? Soll ich dich das in die Garage bringen? Ja. Soll ich dich in die Garage bringen? BÄM! Geschmeidig! Vorne ist Licht nochmals! Was ist jetzt los? Woll rausgeportet! Hä? Bei mir steh ich noch! Sitze ich noch drinnen! Anscheinend geklappt! Bestanden! Ja! Bei mir ist... Ich hab nichts bestanden! Ich fall durch die Map! Was ist denn jetzt los? Siehst du das? Nein! Ich sitze im Auto und kann nichts machen! Ich fall durch die ganze Map! Ich kann nichts machen! Äh, okay! Und jetzt? Ich kann nicht mal Escape drücken! Äh, ja! Ja, geil! Geht bei dir irgendwas? Nee! Mir geht gar nichts! Ich hab jetzt ne Whitescreen! Ja, das Spiel haben sie übrigens super optimiert für PC! Ach ne Leute, komm ey! Ist nicht dein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Was ist hier los? Ja, muss ich das Spiel wohl manuell? Oder nicht? Ja, ich hab auch noch ein Whitescreen komplett! Also das Spiel hat noch gar keine Bugs! Also... Ja ne, es hat... Also bis jetzt hatte ich sowas noch nie! Ich auch nicht! Und wir haben ja schon ein paar Stunden gespielt gehabt! Und ich hab den Singleplayer auch schon ein paar Stunden gespielt! Also insgesamt hab ich bestimmt schon 15 Stunden gespielt! Äh, aber sowas hatte ich noch nie! Interessant! Naja, Leute! Äh, dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut! Und in der nächsten Folge... Müssen wir wahrscheinlich alles von vorne machen! Oder? Ich weiß es nicht! Ja, werden wir sehen! Alles klar Leute, haut rein! Bleibt main! Bis dann! Tschüss!